Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal FlixFlex. Heute möchte ich euch vorstellen, wie viele Sales wir im September hatten, die nur durch die Skalierung auf Spreadshirt und KDP zustande gekommen sind. Fangen wir direkt mal an mit der ersten Skalierung. Hier sehen wir auch, dass wir mittlerweile 460 haben. Ich habe also nochmal 300 extra erstellt, vorher waren es nämlich nur 160. Und hier sehen wir leider, dass auf Spreadshirt und auf KDP leider nichts dazugekommen ist. Darum muss ich da jetzt auch nicht viel groß weiter eingehen. Ich bin gerade sowieso noch dabei, die neuen Designs, also diese 300, die ich nochmal dazu erstellt habe, separat hochzuladen. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig. Darum kann ich mir vorstellen, dass es auch noch vielleicht ein bisschen anlaufen muss. Auf MBA sehen wir jedoch schon, dass ich hier nur noch 4 Designs online habe. Also ich habe das eine genommen, was ich direkt im ersten Monat verkauft habe, habe die verschiedenen Skalierungen zu dem Design oben gelassen und tatsächlich sind in diesem Monat 5 weitere Verkäufe auf Merge on Demand dazugekommen, die nur durch dieses eine Design gekommen ist. Dann machen wir auch mal mit der zweiten Skalierung weiter. Hier waren es auch 450 Designs. Da habe ich auch schon im letzten Video gesagt, dass es etwas mehr wie eine Trendnische ist beziehungsweise nicht so ein Evergreen-Ding ist. Und aus dem Grund, wie wir es hier auch schon sehen, hat sich das Ganze gut sichtbar gemacht. Im August waren es noch sieben Sales auf Spreadshirt und bei KDP 8. Und das ist bereits jetzt auf einen runtergegangen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Oktober, November genauso schlecht wird, Dezember vermutlich auch. Und im nächsten Jahr dann erst, so Anfang Januar, Februar vielleicht, setzt es wieder ein. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und ob sich die Designs dann auch im neuen Jahr halten können. Ansonsten lässt sich hier nicht viel zu sagen. 4 Euro auf den beiden Plattformen zusammen ergibt trotzdem, wenn wir hier die beiden Monate bisher zusammenrechnen, einen Stundenlohn von 5,34 Euro, zu dem ich damals gearbeitet habe. Das errechne ich quasi so, dass ich schaue, wie viele Stunden habe ich hier für die Skalierung gebraucht. Hier sehen wir es nämlich 9 Stunden 5, also 9 Stunden 1,5. Und in der Zeit habe ich 405 Designs erstellt. Das Ganze geteilt ergibt dann den Stundenlohn. Bei der dritten Skalierung haben wir 1200 Designs in 24 Stunden, in denen ich die erstellt habe. Und hier sieht es im September, sah es relativ gut aus, vor allem bei KDP waren es 5 Verkäufe. Zwar natürlich ein bisschen weniger als einen Monat davor, aber das passiert eben hin und auch wieder mal bei Spreadshirt. Leider auch nur ein Verkauf, aber da generell der September einfach schwächer war als der August, zumindest bei Spreadshirt und KDP bei mir glaube ich auch, lässt sich das verkraften. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie es vor allem in den nächsten Monaten sich dann weiterentwickeln wird. Vor allem, wenn es dann in Richtung Q4 geht. Hier auf jeden Fall sehen wir 19,75 Euro. Insgesamt mit dieser Skalierungsreihe sind wir schon bei 56,32 Euro. Dann kommen wir auch zur vierten und zwar zum größten Skalierungsprojekt. Mit 2300 Designs in nur 15 Stunden, also ein bisschen weniger Arbeit reingesteckt. Und hier sehen wir auch, dass sich das sehr gut entwickelt hat. Im ersten Monat, wie gesagt, noch kein Verkäufe, was damit zusammenhängt, dass ich dort eben auch noch keine Designs von der Reihe hochgeladen habe. Weil man bei Spreadshirt, wie gesagt, nur 50 Designs zum Beispiel hochladen kann. Ich auch jetzt für die nächsten drei, vier Wochen auch immer noch volle 50 Slots ausnutzen kann, um die restlichen Designs hochzuladen. Also auch von dieser Nische, sage ich mal, sind noch nicht alle Designs final hochgeladen. Aber wir sehen schon, dass sich das sehr gut entwickelt hat. Vor allem bei Kindle Direct Publishing sind es neun Verkäufe geworden. Bei Spreadshirt sind es drei. Das macht insgesamt 39 Euro. Und in Stunden, Lohn von 2,66 Euro, was sich für einen Monat auf jeden Fall sehen lässt. Wie sehen hier unten, habe ich auch schon das fünfte Projekt eingetragen mit 700 Designs. Das kommt jetzt neu dazu. Da habe ich jetzt im letzten und im Monat davor ein bisschen dran gearbeitet. Aber das habe ich jetzt im September nicht mit reingenommen, weil ich jetzt im Oktober erst damit anfange, die ersten Designs dahingehend auf den Plattformen hochzuladen. Da bin ich gespannt, wie es wird. Hier sind auch ein bisschen qualitativ hochwertigere Grafiken verwendet worden von mir. Also nicht einfach nur von Wechsels irgendwas runtergeladen, sondern hier habe ich auch wirklich Illustrationen genommen, die ich von meinem Illustrator bekommen habe. Insgesamt, wenn wir uns alle Projekte dann jetzt im Finalen anschauen, sehen wir, dass dieser Monat ein bisschen schlechter war als der vorherige. Mit 20 Verkäufen statt 26 und knapp 20 Euro auch weniger am Gewinn. Insgesamt haben wir trotzdem jetzt in den zwei Monaten 150 Euro nur damit verdient, dass ich Skalierungen hochgeladen habe auf den beiden Plattformen. Und das ergibt dann insgesamt einen Stundensatz von 2,10 Euro. Keine Ahnung, ist natürlich jetzt nicht viel. Aber ich würde sagen, 150 Euro kann man auf jeden Fall mitnehmen. Im Beschwerden tue ich mich da eher weniger. Und genau, das soll es dann im Prinzip auch für das Video schon gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie ich die Skalierung aufgebaut habe oder wie ich das Ganze hochgeladen habe, was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Und yes, ciao, ciao.